Meine Damen und Herren, das war eine Gelassenheitsmübung. Sonst hätte der Axel Fuhrmann uns alles erzählen müssen. Aber wer ihn schon im Fernsehen erlebt hat, weiß, dass er das auch ganz wunderbar machen hätte können. Aber es ist natürlich mit dem Film etwas ganz Besonderes. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zum Sommergespräch. Und besonders Axel Fuhrmann, dass er bei uns ist. Ich bin ganz sicher, dass wir einen wunderbaren Vormittag haben. Vielen Dank für die Einladung. Und es ist, wie wir am Fernsehen sehen, es wird unabhängig improvisiert, bis dann endlich mal die Kamera läuft, das Licht an ist, alle gespannt sind und loslegen und dann auch drehen können. Also Sie haben gerade eben typisch Fernsehen erlebt. Ja, vielleicht ein paar Worte zur Einführung. Als Sie hier reingegangen sind, an diesem wunderschönen Sommertag, vermute ich mal, und danke für alle, die zu uns gekommen sind, dass Sie die Kuppel hier oben von außen gar nicht gesehen haben. Und wenn wir jetzt alle nach hoch gucken, dann sehen wir diese Transparenz dieser unglaublichen Farben durch die Sonne. Das heißt, von außen sieht man nichts. Man muss nach innen gehen. Und dann kann man die Transparenz dieser Wirklichkeit sehen, die wir auch Gott nennen können. Es geht um Transparenz, auch heute bei dieser Fachanstaltung. Das fiel mir gerade so ein. Aber die Idee für mein Intro habe ich auf dem Flug nach Hawaii, auf dem Flughafen von Los Angeles bekommen. Ich war gerade vier Wochen mit meinem Sohn, auch vor den Hawaii-Inseln, und habe einen Vater-Sohn-Urlaub hinter mich gebracht. Das war wunderbar. Und als ich in Los Angeles ein Stopover hatte, und zwei, drei Stunden gehe ich in einen Buchladen, geradeaus auf den Stand zu und sehe dieses Blink. Was glauben Sie, was ich da gedacht habe? Ich habe nur an Annemarie Blink gedacht. Ich habe an dich gedacht. Meine Buse, habe ich gedacht. Gibt es doch gar nicht. Los Angeles, habe ich sofort gekauft. Ich habe das auf dem Flug nach Honolulu gelesen. Das sind ja sechs Stunden. Es ist ein wunderbares Buch. Und auch heute geht es bei diesem Sommergespräch um den Blink. Der Blink ist der Augenaufschlag. Das ist der ganz kurze Moment des Augenaufschlags, den wir oft gar nicht wahrnehmen. Und das Buch ist voller Beispiele, wo hochkarätige Psychologen recherchiert haben, was läuft eigentlich ab, wenn wir Entscheidungen führen. Lange, das ist ganz sicher, lange bevor wir kognitiv mit unserem Gehirn Entscheidungen fällen, bekommen wir einen Blink aus unserem Unbewusst. Und es steht schon alles fest. Wir wissen das noch nicht. Dieser Blink ist eine Botschaft aus dem Unbewusst. Und das kann man üben. Das steht auch hier drin. Und ein Blink, eine Botschaft, eine kurze für den Moment, ist immer ein Bild. Und wenn man Bilder aneinander hängt, dann ist das ein Film. Dann macht es immer Blink, Blink, Blink. Wir merken es gar nicht. Aber es ist ein Bild an dem anderen. Es ist also, liebe Axel Fuhrmann, das, was Sie produzieren, ist ein Blinkflow. Das habe ich gerade vorhin kreiert, ein Blinkflow. Und Annemarie, jetzt kommst du mal zu mir. Ich schenke dir dieses Buch. Ich habe an dich gedacht, als ich es gelesen habe. Und es gehört jetzt dir. Das war mein Intro.